Die Tipps. Jeder zu Hause hat Stühle oder irgendwelche Boxen, die relativ stabil sind. Bitte achtet darauf, dass sie stabil sind und dass man nicht nach außen rutscht. Also die Unterlage soll passen. Für die Tipps gehen wir her und strecken uns zwischen die zwei Stühle ein, geben die Füße nach oben, gehen nach unten und drücken uns wieder nach oben. Das ist die schwere Variante. Nichts Übung zwischen den Stühlen zu schwer. Nehmen wir einen Stuhl, strecken uns nach vor mit den Füßen und dann schauen wir, dass wir alles, den Körper angespannt haben, gehen nach unten und pressen nach oben. Ich wünsche viel Spaß mit dieser Übung.